Ah stimmt, ich kann noch einen Erinnerungspunkt vergeben. Ähm, bin ich ja eigentlich... Ach Mist, ich bin keine... Schwarzmangier mehr. Mist, 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 Mist. Also, einmal kurz Meditation. Ach shit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Element. Und... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Komisch, dass ich keine... Schwarzmagierin mehr bin. Hm. Elementaristmagonerin. Ähm. Ermöglicht euch alte... Ermöglicht euch alte... Ähm. Nicht jetzt wieder schwarzmagierieren? Ja, super. Ja, super. Jetzt hab ich wieder so ein bisschen was... Wir haben uns mal geschwommen. Jetzt redete ich, die Erhebung eines Fremdländers zum Hüter sei eine Sünde. Aber jetzt... Ach. Ich danke Malpass, oder wer auch immer euch geschickt hat, dass er es getan hat. Wir sind euch eine Menge schuldig, wirklich. Und bescheiden seid ihr auch noch. Sagt. Darf ich euch etwas fragen? Ja. Es... Das Leuchtfeuer. Meint ihr wirklich, es wird funktionieren? Ich meine, ich bin nur eine Novizin. Aber wenn es die Hohn wirklich verbannen kann, wieso haben die Piraeer sich dann damit nicht retten können? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Unser Haus liegt auf einer kleinen Klippe nahe der Bauernküste, ein paar Meilen hinter dem Kornhof. Ich hatte schon von Anfang an so ein seltsames Gefühl im Magen. Aber als ich dann diese Rauchsäule aus der Ferne gesehen habe und diesen Geruch... Von verbrannten Menschen? Ja. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Er war einfach überall. Ich bin schneller und schneller geritten. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass das Haus brannte und gleich daneben auf dem Hügel drei brennende Kreuze standen. Meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester, sie... Sie lebten noch, wisst ihr? Und ich, ich stand da und... Ich konnte nichts tun, versteht ihr? Nichts! Und es ist egal, wie ich es drehe und wende. Es läuft auf eines hinaus. Ich war einfach zu schwach. Ich war zu spät. Und ich war zu schwach. Euch wäre das nicht passiert, nicht wahr? Ihr hättet etwas tun können, oder? Ihr hättet sie retten können, so wie ihr uns retten werdet. Wenn ich doch einfach nur mehr wie ihr wäre, dann... Euer Fleisch? Ja, das ist es. Ich brauche einfach nur ein Stück von eurem Fleisch. Dann wird etwas nie wieder passieren. Aber wieso? Ist das denn so schwer zu verstehen? Ich will ja nicht fehlen, nur ein Kleid. Kleines bisschen. Aber ihr wollt nicht teilen. Das ist es doch, oder? Ihr wollt alles für euch, weil ihr eitel seid. Und in all eurer verdammten Eitelkeit kapiert ihr nicht einmal, wie aussichtslos diese ganze Sache doch eigentlich ist. Das Leuchtfeuer wird nicht brennen. Seht ihr es denn nicht? Tausende haben es vor euch versucht. Tausende, die genauso vermessen waren wie ihr und alle sind gescheitert. Wie hieß es so schön? Lasst euch doch einfach fallen! Denn das Licht wird euch ohnehin verbrennen. Es wird euch verschlingen, bis nichts mehr von euch übrig ist. Nichts mehr als verbranntes Fleisch. Schön knusprig und braun. Damit kennt ihr euch doch aus, oder etwa nicht? Das Licht... Propheten... Propheten... Was? Ähm... Propheten... Propheten... be- Propheten... June Jahre... Propheten... Ähm... Komm, arbeite. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? Wieso hat das Ding plötzlich eine Hüterrobe? Ich dachte, der Siegelstein beschützt uns. Natürlich, wartet. Der Schaden hält sich in Grenzen. Aber im Moment, was ist das für ein Lärm? Ja, lass mich doch mal... Okay. Was zum Henker ist hier passiert? Und was ist das für ein Lärm? Die Mirimesen. Sie sind in der Stadt, die ganze Armee. Was? Nein! Das ist nicht möglich! Das ist nicht möglich! Und hier? Was hat dieses Blutbad zu bedeuten? Hm... Ich... Ich weiß es nicht, Großmeister. Die Hohn haben es irgendwie geschafft, diese Hüte hier zu übernehmen. Und sie wollten das Leuchtfeuer zerstören. Was? Aber der Stein! Das ist... Großmeister, ihr... Ihr müsst das sehen! Was? Dass die Mirimesen in der Stadt sind? Das weiß ich bereits. Nein, wir... Wir wissen, wie sie es geschafft haben. Die Trochessa hat uns verraten. Unfug. Nein, sie und fast ein Drittel unserer Leute. Sie sind Batars Beispiel gefolgt. Kommt! Hört es euch selbst an! Wir haben die Tore des Tempels natürlich unverzüglich versiegeln lassen und bodenschutzung verruktioniert. Vorerst kommt hier keiner dieser nirinesischen Hunde hinein. Auch wenn ich bezweifle, dass sie sich auf einen Kampf einlassen würden, den sie auch verlieren könnten. Gut gemacht. Was ist denn jetzt los? Da! Sie hat es überlebt! Augen auf, Verräterin! Was? Großmeister! Ihr... Es... Es tut mir so leid. Das hätte nicht so kommen sollen, wie er... Ich... Beruhigt euch und erzählt, was geschehen ist. Die Trochessa... Sie... Sie hat mit Quarek Kontakt aufgenommen und ein Gespräch gefordert und... Ganz ruhig. Sie verblutet, Großmeister. Wir müssen sie ins Lazarett bringen. Das werden wir, wenn wir fertig sind. Fort fort. Die Trochessa hat sich also mit Quarek getroffen. Was wollte sie? Sie... Sie... Sie bot ihm die Stadt an, weil er als Gegenleistung niemanden töten würde. Sie hatte den... Diesen Stein, wisst ihr? Den Siegelstein, der uns vor den Hohen schützt. Boarek hat eingewilligt. Aber als die Tore geöffnet waren... Hat er... Hat er... Euch alle töten lassen. Ja... Hat die Trochessa einfach... Obwohl sie sich um die Vereinbarung gehalten hat. Und dann sind sie in die Stadt gestürmt und... Und... Und beim rechten Weg... Was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Bringt sie ins Lazarett. Ja... Jawohl, Großmeister. Lerel! Jetta! Bringt mir eine Trage! Schnell! Wartet! Ihr... Ihr müsst mir verzeihen. Ich meine ich... Wir wollten nur das Beste, versteht ihr? Lasst mich nicht als Wegelose sterben. Das... Bitte... Ich vergebe euch. Ja... Ja, Meister. Danke. Okay... Okay... Wie lauten eure Befehle, Großmeister? Wir sind nicht viele. Aber wenn wir es geschickt anstellen, könnten wir die Neremesen zurückdrängen. Hier oben haben wir gerade mal fünf Dutzend. Und die Neremesen sind zu Tausenden. Und sowohl unser Brandöl als auch das Schwarzpulver befindet sich unten in der Kaserne. Dann ist der Krieg verloren. Was? Reißt euch zusammen, verdammt nochmal! Nichts ist verloren! Alles, was wir tun müssen, ist die Neremesen wieder aus der Stadt vertreiben. Wie? Und wie genau sollen wir das tun? Indem wir die Feuerspucker mit Zuckerminze beladen und die Neremesen mit Kräuterbällen beschießen? Ihr Elender! Ruhe! Merayil und Sharim haben recht, Ark ist verloren. Aber der Krieg gegen die Hohen nicht. Noch ist das Leuchtfeuer intakt. Und das wird es auch bleiben, solange wir den Tempel halten. Und alles, was uns nun noch fehlt, ist der Numinos. Wir werden das Leuchtfeuer entzünden. Und dann? Ich glaube nicht, dass Kuarek besänftigt abziehen wird, wenn wir die Hohen und damit seinen Aufstieg für immer unmöglich gemacht haben. Das wird er auch nicht. Und deshalb werden wir kapitulieren. Was? Es ist die einzige Möglichkeit. Wie ich der Trohesa sagte, diese Schlacht geht um mehr als nur um uns. Wenn wir uns hier und jetzt ergeben oder uns in dem Schlachtfeld dort unten töten lassen, wird Kuarek das Leuchtfeuer zerstören und die Läuterung geschehen lassen. Und dazu darf es nicht kommen. Deshalb werden wir den Numinos finden und das Leuchtfeuer entzünden und uns anschließend ergeben. Aber Kuarek wird uns alle töten lassen. Ja, das wird er. Wir werden sterben, aber es gibt keine Alternative. Kuarek ist nicht manns genug, selbst an der Schlacht teilzunehmen. Und die einzigen, die wir dort unten töten würden, wären verblendete Infanteristen. Ihr Tod wäre so sinnlos wie dieser ganze Krieg. Sind die Hohen besiegt, können wir gehen. So einfach ist es. Aber nein, wir sind Krieger und wahre Krieger kämpfen. Das habt ihr selbst... Wahre Krieger stellen Fragen. Wie die, wann aus dem Kampf für Ideale nichts als ein Kampf für seinen eigenen Stolz geworden ist. Was dort unten, Kommandantin, das sind nichts als verblendete Schlechter. Und wir, wir sind mehr. Aber ich werde euch nicht aufhalten. Sobald das Leuchtfeuer entzündet ist, steht es euch allen frei zu gehen. Aber nun werdet ihr diesen Ort verteidigen, während wir den Numinos suchen und finden. Herzmagister, habt ihr das Wort der Toten? Ja. Ja, habe ich. Aber wie wollt ihr von hier aus in die Unterstadt gelangen? Das überlasst mir. Kommandantin, versammelt die verbleibenden Wächter. Ich werde eine Ansprache halten. Und jetzt...